Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 3 mit dem lieben Train. Guten Tag. Yo, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut, denn wir haben heute ein spezielles Thema vorbereitet, von was darum geht. Ihr seht ja in Hand von Titeln, Fumpting etc. Tote Marken, also alte Spiele, die wir gerne einen neuen Teil von hätten. Quasi neu wiederbelebt. Welches? Welchen würdet ihr jetzt sofort in einen Verein fallen? Ich bin gespannt, Leute, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich nicht. Ihr seid, wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich noch relativ jung. Mein erster Titel wäre, ich würde mir gerne einen dritten Teil von Drakan wünschen, um mal ein bisschen auf Drakan einzugehen. Mal in der Kurzfassung. Es geht um die junge Rin, glaube ich, heißt sie. Ich habe Drakan jetzt schon länger nicht gespielt. Ihr Dorf wird angegriffen und sie geht eine Bindung mit einem Drachen ein. Und dann versuchen sie, ihren Bruder zu retten. Und so viel sei zu Drakan gesagt. Davon gab es nur zwei Teile. Der zweite Teil war PlayStation 2 Exclusive und heißt Drakan The Ancient Gates. Und ich vermisse dieses Spiel extrem, weil ich mochte die Charaktere wie Rin Arok, heißt übrigens der Drache, sehr, sehr gerne. Fliegt man da nicht mit dem Drachen? Und da fliegst du auch mit dem Drachen? Ich glaube, ich bin der Meinung, du hast es mir damals mal gezeigt. Das kann sein, dass ich dir das PS2-Spiel mal gezeigt habe, genau. Und ich vermisse dieses Spiel ganz doll, wie gesagt, wegen den Charaktieren. Und die Geschichte wurde leider nie richtig aufgelöst, weil der zweite Teil endet in einem Cliffhanger und es kam nie ein dritter Teil raus. Und ich könnte weinen, dass niemals ein dritter Teil rausgekommen ist, was ich sehr schade finde. Vielleicht wird sich irgendwann mal jemand dieser Makel ermächtigen und mir den dritten Teil schenken, den ich haben will. Hoffentlich. Wird immer Zeit, wenn du schon so lange drauf wartest. Ja, das wäre so mein erster riesig, riesig großer Wunsch, den ich hätte, dass davon ein dritter Teil kommt. Aber Miku, genug von Drakan. Was wäre bei dir ein Spiel, auf das, das du wieder belegt haben möchtest? Wir hatten ja schon mal oft privat darüber gesprochen und zwar wäre Sly Raccoon, ist auch ein PS2-Spiel. Stimmt, Sly Raccoon war geil. Es gab vier Teile. Drei für PS2 und der vierte kam sogar für die PS3. Dann wurde im Jahr 2016 ein Film angekündigt, von der IP, von dem Spiel. Ja, ich erinnere mich. Mit einem richtig coolen CGI-Trailer. Das Spiel ist halt so ein Spieler, bist du ein kleiner Dachs quasi, menschlich halt, Furry halt quasi. Bist du ein kleiner Dachs, der halt diebisch unterwegs ist. Du bist ein Furry, du bist ein Furry, Alter. Ja, sagen wir mal so ein bisschen Furry. Und du bist halt ein Furry-Dachs, der da halt ein bisschen unterwegs ist und Sachen stiehlt und seine Maske dahinter lässt. Und halt mit einer coolen Story um Bösewichte und so weiter. Aber er ist netter, er ist netter. Und lustig, und lustig, und lustig. Und ja, und dann wurde irgendwann 2021 gesagt, oder 2022, weiß nicht mehr ganz genau, dass sie den Film, ja, nicht mehr machen. Der Film ist gecancelt. Keine Ahnung warum. Es kam auch nie ein PlayStation 4-Spiel. Keine Ahnung warum. Aber ich kann ja jetzt schon sagen, wahrscheinlich, weil die Entwickler die ganze Zeit ja nur an den Last of Us und so weiter beteiligt sind. Das verkauft sich ja mehr. Ja, und das ist halt schade, die Entwickler können so viel. Warum bringen die nicht einfach mal wieder ein Sly-Raccoon raus? Weil die Leute, weil, weil Ponies. Nee, 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 die Entwickler von Sly-Raccoon sind nicht bei The Last of Us beteiligt, sondern bei den ganzen Spider-Mans. Ah, okay. Nee, soll ich dir sagen, warum es so ist? Ja. Weil Ponies nur noch Cinematic Experiences spielen können. Ja, und das ist halt, ja, wobei, äh, wobei, ja, Ratchet & Clank haben sie ja auch gebracht, aber, man. Ja, stimmt, Ratchet & Clank war aber gut, das Spiel war echt gut. Gebt mir einfach ein weiteres Sly-Raccoon, Mensch. Die haben vier Teile rausgepackt, letzte Playstation 3, Mann, das ist halt schon ewig her. Gut, dann hast du noch einen Titel. Ja, ich hab noch einen Titel und den, wo du, äh, Naughty Dog angesprochen hast. Ja. Ich würde mir einen vierten Teil von Jack & Dexter wünschen, einen richtigen vierten Teil. Ja. Ich weiß, dass Naughty Dog leider solche Spiele nicht mehr macht, die machen halt nur noch langweilige Cinematic Experiences wie Last of Us oder Uncharted, ich sterbe vor Langeweile. Ähm, aber ich würde mir so gerne einen Jack & Dexter 4 wünschen. Jack & Dexter 1 war wirklich ein grandioser Plattformer. Ja, Jack & Dexter 2 hat vieles verbessert, was 1 gemacht hat, hatte aber auch seine Flaws. Äh, und Jack & Dexter 3 war dann die Krönung. Auch wenn der dritte Teil der schwächste von allen war, war er immer noch besser als alles, was Naughty Dog heute produziert. Und da würde ich mir halt wirklich sehr gerne einen vierten Teil von wünschen. Ich vermisse Dexter, ich vermisse Jack, ich vermisse die Geschichte, äh, um die beiden total. Und leider wurde nie aufgelöst, ob man Dexter auch zurückverwandelt. Naja, egal, es wird wahrscheinlich auch nie eine Auflösung geben. Ich könnte weinen. So viel sei zu Jack & Dexter gesagt. Naughty Dog macht keine Rutschmühle mehr. Worum geht's dann um Jack & Dexter? Ah, in Jack & Dexter geht es um den jungen Jack, ähm, der auf einer Insel lebt und, also mit Dexter zusammen und wir da das Eko erforschen. Und dann landen sie auf der dunklen Eko-Insel und Dexter wird zu einem Frettchen. Dann machen sie sich auf die Reise, Dexter wieder irgendwie zurückzuverwandeln. Und so beginnt die ganze Reise. Und das zieht sich bis zum dritten Teil rüber. Nur leider wird nie aufgelöst, ob Dexter, also ich weiß es nicht mehr im dritten Teil. Den habe ich lange nicht gespielt. Ob Dexter jetzt zurückverwandelt wird oder nicht. Wenn ja, dann korrigiert mich ruhig, wenn ich falsch liege. Aber darum dreht sich die Geschichte halt einfach. Und es wird noch ein großes Geheimnis in der Geschichte um Jack gelöst. Aber das werde ich hier nicht verraten. Spielt die Spiele selbst. Es sind wirklich tolle Plattformer. und wir dürfen alle weinen, dass es niemals einen vierten Teil geben wird. Ja, Mann, die Gegner sind dann dominierend die ganze Zeit. Das nervt mich. Ja, ich habe noch mehr Teile. Und ich, ja, erzähl, erzähl. Ist das ein bisschen kontrovers? Wobei, was halt nicht genau, ist es nicht kontrovers. Und zwar ist es hier, ähm, Castlevania. Ja, ich weiß, es gibt halt von den selben Typen, der die Castlevania-Spiele, die ersten gemacht hat, dass es von dem halt Bloodstained gibt. Aber es ist halt einfach kein Castlevania. Es ist halt was anderes. Und ich hätte halt einfach gerne ein neues Castlevania. Nein, Netflix-Serien zählen nicht. Davon kamen wir in den letzten Jahren nämlich ein paar Staffeln raus. Das sind keine Spiele. Das sind keine Spiele. Und ich hätte halt wahnsinnig gern ein neues Castlevania. Es kommt aber nur, was das, was das Einzige, was Konami macht, ist, ja, hier kriegt er mal die Collection, dann kriegt er hier die GBA-Advance-Collection. Ich hab mir die Scheiß-Collections alle gekauft, aber Gottverdammt, Alter, ihr verdient euch an jeder Konsolengeneration, gerade mit den Collections, immer wieder an jeder neue Generation, dumm und dämlich an neuen Collections. Bringt doch einfach ein neues Scheiß-Spiel heraus, meine Fresse, Alter. Ey, es gibt Bloodstained, zwei Teile. Ich will aber nicht Bloodstained spielen, ich will Castlevania spielen. Du hörst draufstehen, wo Castlevania draufsteht. Tja, so ist das halt leider, ne? Gut, Castlevania interessiert mich jetzt eher weniger, aber die Spiele sind auch bockschwer, ne? Ja, bockschwer, aber ich will halt, es ist halt ein Unterschied, ob du Bloodstained-Musik hörst beim Castlevania-Spielen oder ob du Castlevania-Musik hörst beim Castlevania-Spielen. Bloody Bloodkiller oder Vampire-Killer und all das, das fehlt halt, das muss halt in Castlevania rein. Und ich will halt nicht so ein anderes Castlevania-Spiel, und Castlevania definiert sich halt auch ein bisschen durch die Musik. Und auch wenn das schwer ist, klar, aber es ist halt kein scheiß Castlevania. Und das nervt mich. So sieht's aus. Ja. Ich glaube dir, dass sich das nervt. Und ich hätte auch gerne noch eine Marke, was tote Videospielreihen betrifft. Tot, aber hier nur in Anführungsstrichen. Starfox. Wir haben mit der Wii U einen Starfox gekriegt. Starfox Zero. Fand ich nicht so schlecht. Aber da musste man ja aber auf Krampf unbedingt die Wii U-Gamepad-Steuerung mit reinbringen. Und das war absolut, absolut furchtbar. Ja. Das passte überhaupt nicht in ein Starfox-Spiel. Und davon würde ich mir gerne einen richtigen Teil wünschen. Ich würde mir gerne eine Fortsetzung, was Starfox angeht, zu Starfox Adventure wünschen. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, ein Starfox zu machen mit richtigen Planeten, auf die wir reisen können, die wir erforschen können. Und gleichzeitig zwischen diesen Planeten hin und her zu fliegen mit unserem A-Wing durch Meteoritenfelder und sowas. Ich denke, das wäre ziemlich cool. Boah, das wäre so geil, Alter. Da gehe ich voll drauf ab. Bei jedem Starfox, was ich halt sagen würde, was da irgendwie fehlt, ist halt die Länge, ne? Es sind halt allesamt sehr kurz. Ja, außer Adventure. Bei Adventure bist du gut 25 bis 30 Stunden dabei. Das ist gut. Da bist du aber ja auch nur meistens auf dem Planeten unterwegs. Also neue Starfox-Sugend. Und du fliegst halt, genau, du fliegst halt kaum mit einem A-Wing in Adventure zum Beispiel rum. Jetzt hätten wir aber die technischen Möglichkeiten, dass wir so ein Solarsystem mit Starfox machen können, wo du zwischendurch mit dem A-Wing fliegst und dann zwischen den Planeten hin und her fliegst, um Gegner dazu bekämpfen, auf dem Planeten zu landen. Ja, ja, genau. So was haben sie ja versucht, aber auch mit dem Toys-to-Action-Spiel. Weißt du noch? Wo du halt Starfox da drauf packen kannst und die Teile der Waffenarmkanone usw. da ran packen kannst. Ach, du meinst dieses Atlas-Ding, ne? Ja, genau. Das war der richtige Ansatz, nur die Planeten waren halt leer und du hattest halt kaum die richtige Geschichte. Das könnte man mit Starfox aber ausbessern, weil Starfox ist keine neue Marke und man hat schon feste Charaktere, die man dann einfach nur gut einbinden müsste und die Planeten müssen ja auch nicht unbedingt so riesig sein, wie man das jetzt immer haben will. Hä? Sondern einfach nur so kleine Planeten, wo du größere Areale hast, die du halt erforschen kannst. Dann fliegst du zwischen denen im Weltall hin und her und triffst da halt Asteroidenfelder oder große Schiffe, gegen die du dann kämpfen musst. Das wäre ein Traum. Hast du noch ein anderes Spiel? Was machen die da? Hast du noch ein anderes Spiel? Nee, guck mal erst mal gleich. Was machen die da? Ich mach doch grad mit. Hä? Ist doch egal. Hast du noch ein anderes Spiel? Weil ich hab noch so zwei andere Spiele, die ich, äh, wo es zwar Spiele von kommen, aber die sind halt auch schon seit zwölf Jahren kein neuer Teil erschienen, mindestens. Äh, ich hab noch eins auf Zero. Okay. Ja, da wird auch mal Zeit, ne? F-Zero? Ja, ja, also neues F-Zero mit Captain Falcon und sowas wäre mal cool, auch wenn ich es selber nicht kaufen würde, ähm, aber ich würde mir das für die Fans wünschen, dass ein neues F-Zero kommt. Ja, wird mal Zeit. Nee, ich hab noch hier Fable auf die Love-Man-Liste gepackt und Zelda Scrolls, und Zelda Scrolls, weil Zelda Scrolls. 6 ist halt, äh, Zelda Scrolls Skyrim ist halt 2011 erschienen, das ist 13 Jahre her, und Fable ist ganze 15 Jahre her? Das letzte Fable? Ja, aber Fable wurde ja neuer, aber Fable wurde... Und eigentlich kann man sagen, die Reihe ist tot. Ja, es wurde von beiden Teilen ein neuer Teil angekündigt, aber das ist halt, wie gesagt, es sind 15 Jahre her, mindestens bei Fable, als dritter Teil erschienen ist. Also fast, nicht ganz, doch, müsst ihr 15 Jahre her. Und 13 Jahre bei Skyrim. Aber der dritte Teil war auch... Aber der dritte Teil war auch schlecht. Ja, genau, das war ja, das kommt ja noch hinzu, der dritte Teil war schlechter, 15 Jahre alt ist bei Fable, bei Fable. Und Zelda Scrolls 6 kam halt, also Zelda Scrolls Skyrim kam halt 2011 heraus, das erste Mal. Und seitdem wartet man auch auf einen neuen Teil, aber die bringen ja immer nur Skyrim für jedes Gerät. Das ist halt... Ja, was soll man dazu sagen? Das hat mich gewonnen. Deswegen habe ich die aufgeschrieben bei Tote Marken, weil es für mich einfach tot ist seit 15, 13 Jahren. Entschuldigt, Leute, der letzte Kampf war echt scheiße. Die Gegner haben halt nichts gemacht. Ja, irgendwann habe ich auch aufgehört, ist ja egal. Wir haben ja eh gewonnen. Aber es war halt so, dass ich... Für mich sind das Tote Marken, solange die nicht zeigen, dass die noch lebt, die Spielspiele. Meine Güte, auf Zelda Scrolls 6 wartet man jetzt auch schon fast 5 Jahre. Ja, kannst du auch die nächsten 5 Jahre noch drauf haben. Ja, ist so, ist so. Toll, ne? Bis da bin ich schon längst tot einfach. Ja, bis da sitzt du als Skelett vor dem PC. Ja, genau. Gut, Leute, das war's. Ja, Leute, aber das war's. Ja, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, welche Marken ihr gerne mögt, die nicht mehr existieren. Ich weiß schon, was Mii sagen wird. Plants vs. Zombies. Ich wette drum. Schreibt uns mal in die Kommentare, welche Marken ihr gerne wiedersehen würdet, die heute leider nicht mehr erscheinen oder seit Jahren nicht mehr erschienen sind. Würde uns interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da bei uns beiden. Würde uns freuen und... Bis zum nächsten Mal. Das war's von uns. Ja, bis dann. Ciao.